Jetzt drei Tage hier im Parlament sich mit dem Budget zu befassen, ist natürlich eine schwierige Zeit, aber es ist eine Mordsfreude dabei zu sein, weil wenn ich auf den Tourismus denke, wir haben die Steuern gesenkt von 13 auf 10 Prozent für Beherbergungsbetriebe und trotzdem konnten wir das Budget halten für die Österreichwerbung, für die Tourismusbank und für die Hoffnungsprovisionen für die Investitionen im Tourismus.